Muss es ein Menschen nachdenklich stimmen, wenn ihm eine Hellseherin prophezeit, es werde im Mai in Paris etwas geschehen, das das ganze Leben entscheidend verändert. Gut, verehrte Zuseher, das hängt naturgemäß vom Vertrauen in die Kunst von Hellseherinnen ab. Der 1901 geborene Schriftsteller und Dramatiker Oedon von Horvat, mit dem wir uns heute beschäftigen, wuchs in vielen Regionen des österreichisch-ungarischen Reiches auf, wo das Hellsehen zum sturznormalen Alltag gehörte. Wenn man schon gläubig war, konnte man auch abergläubisch sein. Dieser Oedon Horvat, sagte der ihn bewundernde Klaus Mann in seinem Nachruf, dieser Oedon war verliebt in das Unheimliche. Nach Paris reiste Horvat Ende Mai 1938. Hier hätte in der Tat etwas Aufregendes geschehen können, am besten etwas Positives. Ein Filmvertrag zum Beispiel für eines seiner Stücke. Der berühmte Regisseur Robert Zjotmak hatte Interesse signalisiert. Das wäre für den seit Jahren von Geldsorgen geplagten Horvat die finanzielle Rettung gewesen, jedenfalls vorläufig. Doch was das Leben von Horvat in Paris tatsächlich entscheidend veränderte, geschah nicht im Mai, es trug sich am 1. Juni zu. Nach einem heftigen Gewitter stürzte der Ast einer Platane auf den Schriftsteller. Der nüchterne Polizeibericht hielt fest, dass ihm das Hinterhaupt abgeschlagen wurde. Es kann als bittere Ironie bezeichnet werden, dass Horvat nach eigenem Bekunden seiner Freunde immer vor Dingen warnte, die von oben kommen. Man kann diese Biografie von ihrem tragischen Ende her erzählen, fährte zu sehr, weil die eine oder andere Form von Unglück ein verlässlicher Wegbegleiter von Oedon von Horvats war. Oder zumindest wurde. Man kann genauso gut auch auf die Bewegung verweisen, die dieses Leben prägte. Geboren wurde Horvat als Sohn eines Beamten des ungarischen Außenministeriums in Rijeka, im heutigen Kroatien. Die nächsten Lebensstationen wurden von den Ortswechseln des Vaters und dem Internat bestimmt. Zu diesen Orten gehörten auch Wien, Pressburg und München. Erst mit 14 Jahren ist nicht mehr ungarisch, sondern deutsch die Hauptsprache des künftigen Dichters. In München schreibt Horvat sich 1921 an der Ludwig-Maximilians-Universität ein. Die Fächer, die er belegt, also Psychologie, Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte, die machen deutlich, dass es sich hier jemand leistete, keinen Brotberuf anzustreben. Und in der Tat bereits mit 19, das war so um 1920, begann er ernsthaft mit der Schriftstellerei. Ich habe Ihnen, verehrte Zuseher, die Lebensetappen des jungen Oedon von Horvat zeitbedingt sehr gerafft vorgetragen. Doch hoffentlich ist dabei dennoch das Bild eines Heranwachsenden entstanden, der, sei es durch beständige Ortswechsel, sei es durch den adeligen Stand, in den er hineingeboren wurde, nicht gerade dazu auserkoren schien, für das Theater gesellschaftliche Milieustudien der sogenannten Unterschichten anzustellen. Aber genau das war der Fall. Dieser Oedon von Horvat, der erst sechs Jahre zuvor Deutsch zu seiner Dichtersprache gemacht hatte, platzierte die Stücke, die ihn berühmt machten, in die Lebenswelt der sogenannten kleinen Leute. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Aber ich erinnere Sie jetzt schon an Titel wie »Geschichten aus dem Widerwald«, »Casimir und Karoline« oder »Italienische Nacht«. Hätte Horvat sein Studium der Theaterwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität fortgeführt, dann wäre ihm vielleicht einmal die Frage vorgelegt worden, was denn, so recht besehen, dieses Volkstheater eigentlich sei. Akademiker lieben solche Unterscheidungen, meine Damen und Herren. Botanisieren kann zur Leidenschaft werden. Es entstehen dann Begriffe wie heute der des Regie-Theaters. Früher, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, sprach man von einem Theater der Zeit, um auszudrücken, dass keine sogenannten Klassiker gespielt würden, sondern dass es um das Hier und das Jetzt ginge. Allerdings gab es eine Ausnahme, Gerhard Hauptmann. Der war gleichzeitig Klassiker, Naturalist und Symbolist, gleichsam Meister aller Klassen. Künstler brauchten schon damals Kategorien. Um Müdern von Horvat wurde der besondere Begriff kritisches Volkstheater geprägt, dass Sotin irgendwie in die Nähe der Österreicher Ferdinand Raimund und Johann Nepomuk Nestreu rücken, gleichzeitig aber auch darauf hinweisen, dass es in seinen Stücken nicht so viel zu lachen gebe. Falls es da einen Vergleichspunkt mit diesen Vorgängern gibt, so scheint er mir dann berechtigt, wenn er auf Horvats Zentralthema zielt, die Suche nach dem Glück in einer Welt und unter Personen, für die das Schicksal, die eigenen Unzulänglichkeiten, die neidische Umwelt kein Glück vorgesehen hat. Es geht um Menschen mit vielfach gebrochenen Seelen. Nehmen wir das erste Stück, das ihn auf deutschsprachigen Bühnen Erfolg und Anerkennung brachte. Die italienische Nacht. Es spielt zur damaligen Jetztzeit, also 1930 im oberbayerischen Murnau. Dieses Murnau, das sei hier schnell noch angefügt, war die Heimat der berühmten Maler des Blauen Reiters, nennt sich heute daher gern das Blaue Land. War aber früher und bereits sehr früh, wenn Sie einen billigen Wirtwitz verzeihen, auch das Braune Land. Hier waren die Nationalsozialisten schon lange vor Hitlers Machtergreifung eine bedeutende politische Kraft. Ausgangspunkt des Stückes Italienische Nacht ist eine Veranstaltung, die am selben Abend bei Josef Leniger, dem Betreiber eines der örtlichen Wirtshäuser, stattfinden soll. Die Republikaner, eine in sich zerstrittene Gruppe von Sozialdemokraten, Marxisten und anderen Linken, feiern im Lokal einen Kulturabend, eben jene italienische Nacht. Eine eher folkloristisch, denn dezidiert politisch angelegte Veranstaltung. Das missfällt den Heißspornen der Linken, ganz besonders dem jungen Arbeiter Martin, der sich aufgrund seiner Klassenlage und seiner Studien marxistischer Literatur für einen zum Klassenkampf besonders befähigten Anführer hält. Er hat seine Freundin Anna beauftragt, mit einem Faschisten anzubundeln, um so die Geheimnisse und Pläne des Gegners in Erfahrung bringen zu können. Dieser Faschist geht Anna an die Wäsche, verrät aber nichts Brauchbares. Während dieses, sagen wir, Rendezvous am Spätnachmittag im Stadtpark von Monau bepinseln Genossen von Martin ein sie provozierendes Denkmal mit roter Farbe. Selbstverständlich schreit das nach Rache. Die Faschisten bündeln ihre Kräfte. Kurze Zeit später gerät die italienische Nacht im Wirtshaus zum Desaster. Moderate Sozialdemokraten geraten in Streit mit den Vertretern der Linie Reinheit vor Einheit. Die jungen Radikalen werden aus dem Wirtshaus geworfen, Doch dann verbreitet sich die Kunde, die Faschisten warteten nur draußen, um ihren Gegnern für das besuderte Denkmal eine kräftige Abreibung zu verpassen. Also wäre es vielleicht doch gescheiter, sich mit den kräftigen Marxisten zu verbünden, die ja auch besser schlägern können. Naturgemäß greift auch die Obrigkeit ein, um zu schlichten und zu demütigen. Am Ende sind keinerlei Kampflinien mehr deutlich. Der Zwist hat auch Ehe- und Freundschaftsverhältnisse zerrüttet. Das Ende, wie gesagt, ist das vollkommene Desaster. Ich habe vorhin gesagt, Künstler brauchten Kategorien. Die Geschichte dieses Stückes ist dafür ein Beispiel aus dem Lehrbuch. Horvath hatte beabsichtigt, in der italienischen Nacht vorzuführen, wie sich die Linke beim Aufziehen der nationalsozialistischen Gefahr zu zersplittern drohte. Das Stück wurde in Berlin am Theater am Schiffbauer Damm uraufgeführt und fand ein begeistertes Publikum. Genau so stellte man sich in Berlin den bayerischen Komödienstadel vor. Wahnsinnig ulkig. Und Horvath? Der rutschte erstmal aus allen Kategorien heraus. Sein Stück war nicht eindeutig. Links, weder Kommunisten noch Sozialdemokraten, konnten sich hier als Sympathieträger fühlen. Es war aber auch beileibe keine von den Nazis in Beschlag zu nehmende Propaganda gegen ihre Gegner. Und für diesen genauen Blick auf ein Stück deutscher, gut süddeutscher Wirklichkeit, fehlte den meisten Betrachtern das Gespür. Als Horvath auf Betreiben von Karl Zuckmeier den sehr reputierlichen Kleistpreis erhielt, maulte es links wie rechts. Dass diesmal einer den Preis erhalten hatte, der schon durch die Sprache seiner Dialoge zeigen konnte, wie verlottert es zugeht, wenn die Menschen ihre eigene Mundart an ein fremdes, an ein falsches Idiom verlieren. Das hatte erst recht niemand begriffen. Diese Mundart ist übrigens nicht der Lokaldialekt, wie Horvath ausdrücklich vorschrieb. Es sei vielmehr darauf zu achten, dass die Personen auf der Bühne sich ausdrückten, als kämen sie aus dem Dialekt, versuchten aber Hochdeutsch zu sprechen, krampfhaft etwa. So gerät ihre Rede auch immer wieder ins Stolpern, ins Stocken. Horvath war ein Zauberer der expressiven Sprachpausen. Wenn Sie mal das Glück haben, verendet so sehr, an einer Aufzeichnung der Inszenierung von Kasimir und Karoline durch Christoph Martala zugelangen, werden Sie verstehen, wie verstörend oder entlarvend auch ein ganz kurzes Schweigen sein kann. Es würdigten auch nur wenige Zeitgenossen die dramatische Neuerung, die dann von Horvath einführte. Die italienische Nacht, Kasimir und Karoline, besonders aber die Geschichten aus dem Wienerwald, benützten die dramaturgischen Mitteln des Films genauso wie jene der Operette, also den beiden größtgroßen Herstellern der Illusion vom Glück. Ich darf hier auch noch ganz flink anmerken, dass Adolf Hitler, der ja gern und zu Recht mit der Musik von Richard Wagner in Verbindung gebracht wird, dass jener Hitler dreimal mehr Operetten konsumierte als Wagner-Opern. Horvath bedient sich in seinen Geschichten aus dem Wienerwald ganz ausdrücklich der Mechanismen der Traumfabrik Operette und wendet deren Typologie gegen die Illusionen, die sie verbreitet. Das hinlänglich bekannte Liebe Werner Mädel, hier heißt sie Mariane, findet in der Liebe nicht ihr Glück, sondern ihr rabenschwarzes Unglück. Ihr geliebter Alfred, ein Vorstand Stenz, macht ihr ein Kind, das dann zur Großmutter geschickt wird, die es aus der Welt schafft. Das kleinbürgerliche Leben ist auf den Kopf gestellt. Mariane muss anschaffen, als Schönheitstänzerin, als Animierdame, landet schließlich im Gefängnis, wird am Ende, grausame Rache des Schicksals, die Braut des Metzgers, den sie für Alfred verlassen hat. Die kleinbürgerliche Ordnung ist wiederhergestellt. Die Schrecken der Gemütlichkeit können von neuem beginnen. Die Erstaufführung des Stücks wurde zu einem frenetisch bejubelten Erfolg, in den naturgemäß nur die Dumpfbacken der nationalsozialistischen Presse aller völkischer Beobachter nicht einstimmten. Deren Klientel kam allerdings nicht einmal zwei Jahre später an die Macht. Erst in Deutschland, dann in Österreich. Und wie es weiter ging, wissen Sie, verehrte, zu sehr. Öden von Horvath traf die Rache seiner Feinde. Erst in Mörner, später in Österreich. Seine Stücke durften nicht mehr aufgeführt werden. Er wurde steckbrieflich gesucht. Wir haben anfangs davon geredet. Das Unglück war ihm ein treuer Begleiter. Am Ende seines kurzen Weges standen wieder hastige Reisen, wie in seiner Kindheit auf dem Programm. Diesmal ging es von Wien über Budapest nach Tepp, jetzt in Nordböhmen. Genau dorthin, wo sich mehr als ein Jahrhundert zuvor Goethe und Beethoven getroffen hatten. Eine Idylle. Dann ging es weiter nach Prag, nach Mailand, nach Zürich, nach Brüssel und dann nach Amsterdam. Da traf Horvath die Wahrsagerin, von der wir ganz am Anfang geredet haben. Den Ausgang dieser traurigen Geschichte kennen Sie.